Ey, 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 let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Spotlight in die Bühne zum Baby Okay, Leute, wir starten. Heute startet Tim den Vlog. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Warum ich den Vlog starte, fragt ihr euch wahrscheinlich. Das liegt daran, dass Moritz am Set ist und ich jetzt hier zum ersten Mal am Set bin. Und Luis, du, ich hab gehört, du willst mich vielleicht so ein bisschen rumflühen? Nee, ich gar nicht. Ah, super. Okay, dann gehe ich wieder. Gehen Sie bitte einen? Ja. Sonst fahren wir jetzt in die Hölle. Ja, das ist super. Ich schau immer mal hin. Und jetzt auch noch mal von meiner Seite. Jo, Leute, wir kommen zu diesem weiteren Vlog. Der gute alte Tim und der gute alte Zelda. Handelt mich einfach mal besucht. Ja, hallo. Nice, ich glaube, wir gehen lieber weg. Leute, der Tim ist heute das erste Mal an einem Filmset und ja, wir zeigen dir ein bisschen, wie es funktioniert und was hier alles abgeht. Ich bin gespannt. Bist du gespannt? Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay, Leute, ich hab jetzt meine letzte Szene auch gedreht und jetzt gehen wir noch kurz was zu essen holen. Ich bin mal gespannt, was es heute gibt. Also, die letzten Tage waren... Heute gibt's Kackknöten. Die waren okay. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal was zu fooden. Äh, achtung, drei, zwei, eins. Da, der gute alte Zelda. Mal wieder vergessen, das Mikrofon anzumachen. Egal, wir haben auf jeden Fall hier unser Essen gezeigt. Mh, sah das lecker aus. Mein Gott, also... Ja, ja, und dann haben wir's gegessen. Oder wir haben's, glaube ich, weggeschnipst, oder? Ja, ich glaube, wir haben's weggeschnipst. Let's go. Drei, zwei, eins und... Und... Oh mein Gott, Leute, es ist alles. Wir haben alles auf jeden Fall aufgegessen. Es war... Moment mal. Hast du dir mal die Pilze liegen lassen? Hast du dich gerade noch beschwert, dass ich keine genommen hab? Die... Okay, Leute, wir sind hier gerade im Schauspielaufenthalt und es ist hier etwas anders als sonst. Ich bin hier mal nicht alleine und zwar ist hier Full House. Wir haben hier einen Soundimitator, Beatboxer, alles, woran... Hier, ähm... Bitte mach mal so eine Tröte von so'n Bobby Canna, okay? Achtung! Warte! Drei, zwei, eins, go! Was? Das ist krass! Ich glaube, das ist krass! Oder mach mal irgendeinen Beat oder so. Gut, wer singt mit? 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 Hey, Spaß ist euch jetzt! Los, let's go! Hey, 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 hey! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Oh, yeah, oh, yeah! Oh, 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 oh! Alter, was geht hier auch gerade? Er macht den Beat, er tanzt dazu und singt dazu. Okay, gute Idee. Wollt ihr das sehen? Dann macht erst den Daumen hoch und subscribt auf jeden Fall und liked das Video. Okay, also jetzt machen wir eine 3er-Performance. Okay mein Space. Ich kann gar nicht, ich film einfach nur... Ja! Wuuu! Applaus, ne? Warte, das war doch noch ein kleiner Block! So muss das sein, Digga! Und damit habe ich den Vlog für heute auch schon abgedreht! Yeah! Okay, also mega, mega cool auf jeden Fall! Ja! Hast du irgendwie eine Instagram-Seite, die wir verlinken können? Äh, ne, ja, äh, beatthebeat.de Okay, perfekt! Machen wir, ziehen wir durch! Das war ein mega geiler Obstod auf jeden Fall! Und jetzt muss noch ein geiler Song zum Appern! Yeah! Ja! Ich dachte gerade, es wäre PC gewesen oder so, ja? Ich dachte gerade, es wäre PC gewesen! Und dann haben wir nur noch ein bisschen Scheiße gemacht und ja, hier sind ein paar Ausschnitte davon! Dieser Song geht raus an den Z-Runner! Okay, Leute, ich würde sagen, es wird sich noch ein wenig Eis gegönnt, denn es ist so scheiße heiß, Alter! Ich würde sagen, wir rennen für das Eis! Nein! Ich will, dass das Eis warm ist! Nein! Ich will, dass das Eis warm ist! Ja! Ich habe es geschafft! Nö! Okay, Leute! Wir sind jetzt schon wieder in der Wohnung! Es ist schon echt relativ spät! Ja, relativ! Tim ist heute das erste Mal am Set gewesen! Ja! Fanden Sie es anstrengend? Äh, ne, ja, es war ganz schillig! Also, wie gesagt, es waren halt 36 Grad in der Classic, Deutschland, aber... Es war wirklich richtig krass heiß und wir hatten nur diese solche Ventilation da stehen gehabt und die verteilen halt auch irgendwann nur noch warme Luft! Du hast es erst mal einen Filmzeit gesehen! Ja! Ja, also, erst mal, es war total geil auch, dich so in Aktion zu sehen! Junge, es ist so merkwürdig, Mann! Ich rede ganz anders und so! Also, ich bin ja, wie gesagt, ich spiele eine Rolle, ich spiele nicht mich! Und das müsst ihr auch merken, Leute, in der Serie werde ich nicht Hey Moritz spielen, sondern immer anders! Ich bin auch manchmal echt voll asozial, aber mehr werde ich jetzt hier einfach mal nicht weiter spoilern über die Rolle! Aber was ist dir noch so aufgefallen, mein Freund? Alter, die Kameras! Lega, die Kameras sind crazy, Alter! Vor allem, wir müssen überlegen, bald machen wir so einen Vlog so! Der Tod, Mann! Der Tod läuft! So, Tübs! Und bitte! Achtung! Und bitte! Hallo! Ja, wirklich, das ist echt krank! Also, mit was für den Equipment die da arbeiten, aber! Auf jeden Fall haben die auch alle mega Talente hier, auf jeden Fall! Man merkt es auf jeden Fall, wir gehen einfach in diesen Schauspielraum, auf jeden Fall nehmen wir da so einen halben Song auf! Das sollte aber auch schon gewesen sein! Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen, Tim, ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, es war nicht zu überschränkt! Ja, es war total geil! Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder! Haut rein! Folgt auf Instagram, addasaymoz! Hier gibt es täglich Videos, also solltet ihr auf jeden Fall abonnieren! Haut rein! Wir sehen uns morgen wieder! Und tschau! Chuut! Bye! Wal'aati! Untertitelung. BR 2018